Davina Geis rührt mit einem Post für ihre Schwester Schnee Geis zu Tränen. Davina Geis. Du bist meine Medizin, wenn es mir nicht gut geht. Auch wenn sie sich manchmal zoffen, was das Zeug hält, und dabei sogar drohen, der jeweils andere solle ausziehen, sind Davina, 20, und Schnee Geis, 19, eigentlich ein Herz und eine Seele. Zwar sei das Zusammenleben mit ihrer jüngeren Schwester ein bisschen schwierig geworden, erklärte Davina einst, doch am Ende des Tages scheint sie auch nicht ohne die Blondine zu können oder zu wollen. Denn zu Shanyas 19. Geburtstag widmete ihre große Schwester ihr einige rührende Worte. Zu einigen Kinderfotos der beiden schrieb Davina, Happy Birthday an meine fantastische Schwester. Ich wünsche dir nur das Beste, du verdienst es, du bist der Sonnenschein in meinem Leben, meine Medizin, wenn es mir nicht gut geht, und meine beste Freundin zu jeder Zeit. Ich bin so dankbar, dich zu haben und dich meine Schwester nennen zu können. Davina Geis. Ich liebe dich bis zu meinem letzten Atemzug. Denn wer jetzt dachte, emotionaler könne Davina nicht mehr werden, der hat sich geirrt. Die 20-Jährige fuhr fort. Ich liebe dich seit 19 Jahren, und das werde ich bis zu meinem letzten Atemzug. Ich werde Mama und Papa für immer dankbar sein, dass sie so eine wunderbare Seele geschaffen haben. Du bist wirklich der schönste, mutigste und stärkste Mensch, den ich kenne. Ob hinter diesen Worten etwa mehr steckt? Schließlich waren die beiden Schwestern kürzlich in einen Autounfall verwickelt, in dem Wagen Davina zufolge ein Totalschaden gewesen sei. Ob Davina durch den Unfall wieder einmal bewusst geworden ist, wie lieb sie ihre Schwester eigentlich hat? Ihren Post beendete sie jedenfalls mit den Worten P. S. Niemand wird dich je so lieben, wie ich es tue. S. Niemand wird dich je so lieben, wie ich sie 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 so lieben. S. Niemand wird dich je so lieben, wie ich sie 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 so lieben, Untertitelung des ZDF, 2020